Dann können wir wieder ein paar Bomben bauen und sowas. Okay, schauen wir mal eben ins... Dafür haben wir nichts. Uns fehlen Batterien, fällt mir gerade auf. Ist ja nicht... Ist ja... Ja, ich bin schon weg. Na, geh weg. Okay, die Polizeistation ist quasi... Okay, die Polizeistation ist quasi überflüssig. Dann lass uns erstmal... Lass uns erstmal was anderes machen. Gehen wir vielleicht erstmal hier hin. So, wir haben schon 5 von 5 Radios und so. Okay, wir haben soweit eigentlich alles schon. Wir müssen nur noch die anderen Radios und die... Okay, das ist in der Polizeistation, das weiß ich. Aber hier die Sachen, die müssen wir noch machen. Können wir da nochmal eben hingehen? Weil das liegt ja auf dem Weg. Mal eben schauen, wo das ist. Äh, okay. Ist das hier drin vielleicht? Kann das sein? Hä, wo ist denn das? Ah, hier. Sehr merkwürdiger Wegpunkt. So, dann zerstören wir das auch nochmal eben. So, und dann war doch, glaube ich, hier in der Nähe war doch auch noch was gewesen, ne? Wo war denn das? Da vorne, genau. Oh, guck mal. Dankeschön, Jungs. Kann ich jetzt ein bisschen Munition sammeln? So. La, 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 la. Na, wirst du wohl? Sehr schön. So, dann hätten wir das auch. Und dann können wir jetzt ganz getrost einfach mal hier oben in die... In die Richtung schlabulieren. Schlabulieren. Weil die Mission möchte ich gerne machen. Weil ich möchte jetzt noch nicht Hauptmission. Ich möchte jetzt erstmal die ganzen Nebensachen machen. Also Gebiet clearn und so. Wenn wir da jetzt hinkommen. Ich eile mal gewitzt dorthin. Ich hoffe, ich laufe richtig. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ähm. Nein, das war... Das war, oder? Ah, guck mal hier. Können wir nochmal Mission mitnehmen. Und Wertsachen verkaufen. Ausrüstung anpassen. Ausrüstung, Waffen. Was haben wir denn da alles? All die Upgrades sind so teuer, ne? Ja, das ist unfassbar. Hm. Infernogewehr. Kampfgewehr. Kampfgewehr können wir uns kaufen. Ist so ein bisschen wie so ein Scharfschützengewehr, ne? Würde ich, glaube ich, mal sagen. Und wir haben ja auch noch die MP-Pistole. Ich kaufe mir mal das Kampfgewehr. Ich kaufe mir jetzt mal das Kampfgewehr. Und dann rüste ich mir das mal eben aus. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt mal... Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ähm... Ja, wie... Wie das ist. Warte mal. Ah, geil. Boah, wie alt... Wie in den alten Zeiten. Voll cool. Ich hole nochmal eben Munition. So, Munition aufgefüllt. So, wie kommen wir denn... Da freue ich mich ja schon riesig auf Battlefield 1, muss ich sagen. Mit den... Uh, ah, Alter. Können wir direkt mal ausprobieren. Du, direkt sau. Der hat eine Flinte, ne? Der hat direkt... Ja, da guckst du, ne? So. So, jetzt erstmal wieder zurück zur Mission. So, wie kommen wir da hin? Wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir hin. Ja, ich glaube, der Widerstand, glaube ich, ist hier in dem Bereich der Stadt, glaube ich, schon... ...im vollen Gange. Da haben wir viel mit gesorgt. Hallo. So, hier müssen wir rein. Komme ich hier? Ja, ich versuche es, mein Freund. Ich versuche es. Ah, hier müssen wir zerstören, okay. Das kriegen wir hin, denke ich mal. Oh, wir müssen uns... Oh, wir müssen uns unbedingt heilen, sehe ich gerade. Wir sind fast down gewesen. Äh. Alter, was? Höh! Was? Wo? Wer? Wo denn? Ich sehe die gar nicht. Ach, da steht ein Fahrzeug. Höh! Verdammt. Ich muss mich schon wieder heilen, das gibt's doch nicht. Das war ein schlechter Zeitpunkt jetzt hier. Egal. Kriegen wir hin. Das war ein bisschen... ...bisschen blöd. ...bisschen blöd. Ich schaue. So. Na. Hallo? Na. Ach, ich treffe ihn nicht. Gibt's doch gar nicht. Jetzt ist er weg. Sehr schön. Das Problem ist, das Fahrzeug steht auch vor der Tür. Wir müssen doch schnell wie möglich rüber in die Base kommen. Oh Mann, schon wieder heilen. Gibt's doch nicht. Okay, ich beeile mich mal ein bisschen. Ja. Lauf, 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 lauf!.. So jetzt sind wir schon mal in der Base drin. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir jetzt hier schon noch mehr Besuch haben. Mein Gott ist das spannend! Hier müssen wir auch was zerstören bzw genau hier sabotieren. Machen wir mal eben. So. Und hier müssen wir hin. Was war hier? Warte. Hallo? Hallo? Ähm. 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 Nein, bitte nicht. Ich hing da gerade fest. Ich weiß nicht warum. Was soll ich denn... Was soll ich denn hier machen? Achso, die Kraftstofflieferung soll ich zerstören. Achso, äh, warte mal eben. Ich hab keine Bombe, aber Molotow. Vielleicht reicht der Molotow, ja? Schauen wir mal. Ja, das war ja super geworfen. Ganz toll. Ähm. Ob das reicht? Warte mal. Irgendwie funktioniert das damit nicht. Wir müssten normalerweise eine Bombe bauen. Wäre viel geiler. Was haben wir hier? Brauchen wir unbedingt eine Batterie. So. Der öffentliche Eigentum beschädigt. Super. Okay, wir müssen das irgendwie zerstören. Ah, Moment. Warte mal. Ich hab doch, äh... Warte mal. Wie war denn das nochmal? Nee, wie konnte ich denn nochmal die Waffen-Mods auswählen? Achso. Äh... Ah, dazu brauche ich das andere Gewehr. Verdammt, nein! Weil da habe ich noch den Granatwerfer. Da könnte ich den Granatwerfer benutzen. Ich baue nochmal hier so einen, so einen, so einen Molli. Ich glaube, das bringt zwar nichts, aber egal. Müsste normalerweise eigentlich zerstört werden, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Weiß nicht warum. Na toll. Und so kann ich es nicht zerstören. Oder? Ah, jetzt. Komisch. Gerade ging es irgendwie nicht. Willows Diner. Gelände gesichert. Okay, der Willows Diner gehört wieder uns. Sehr schön. Sauber läuft. Nimm den Truck mit Vorräten ein. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, so schön die Waffe auch ist, aber ich bleibe lieber bei meinem Sturmgewehr. Ganz ehrlich. Scharnis spricht. Fahr fort. Die Norgs sollen Walker zu Simpson gebracht haben. Vorkommen Sie in der Frage. Überhalten das Rathaus im Auge sollten Sie ihn woanders hinwecken. Hört sich vielversprechend an. Halt uns auf dem Laufenden. Okay. Ja, sehr schön. Sehr schön. Haben wir doch schon mal den Bereich soweit gecleared. Dann geht es jetzt als nächstes, würde ich sagen, nach hier unten. Dann gehen wir hier so hoch. Dann nehmen wir die ganzen Sachen mit. Das Radio. Die Sabotage-Dinger nehmen wir mit. Und dann gehen wir nach hier oben und räumen dann hier so oben auf. Und werden dann zur Mission gehen. Zur Hauptmission. Aber wie gesagt, Polizeistation kommen wir, glaube ich, noch gar nicht rein. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier einen Wegpunkt hin. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Geht das hier lang? Ah ja, okay. Hier ist auch was zum Zerstören. Warte mal. R1. Ich probiere das mal. Das war's, ne? Oder? Ich glaube... Oder? Ich glaube, ja. Oh, hinter uns steht ein Auto. Äh, warte mal eben. Höah. Sollte hier schleunigst verschwinden und mich heilen. Vielleicht irgendwo verstecken wäre ganz geil. Hier zum Beispiel. Damit der Alarm ein bisschen weg geht. Ja, der Alarm kühlt schon mal ab. Das ist gut. So. Fuck. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. So. Dann gehen wir erstmal zum Radio und zur Sabotage. Ja, sag mal. Hallo. Hallo. Alter. Fick dich selber. So, ciao. Ist er selber schuld. Der lief mir ins Messer. Ich muss hier weg. Ich muss hier auch weg. Hier waren wir noch gar nicht gewesen, ne? Ah, wenn ich mich verlaufen habe, soll ich zu ihm kommen? Er lebt hier schon seit Jahren. So, hier befindet sich das Radio oben, so wie das aussieht. Hier ist so eine Baustelle. Da ist das Radio schon. Sehr schön. Also das Problem ist, ich würde gerne mir die Radios... Ich würde mir gerne die... Nein. Ich würde mir gerne die Radionachrichten anhören. Das Problem ist aber, dass die Gespräche manchmal so verschwinden, dass man es gar nicht hören kann. Deswegen... So, dann haben wir das auch irgendwie auch schon mitgenommen. Ein alter Wohnwagen von Trevor, glaube ich. Aus GTA. Hallo? Kann ich da... Äh... Eigentlich wollte ich rein und nicht rauf, aber ja gut. So. Ähm... Schauen wir mal eben, wo hier... Ach, das war's da. Genau, das war's hier. Das heißt, ich muss als nächstes jetzt... ...nochmal wieder zurückgehen. Kann ich hier oder lang? Ich geh mal hier lang. Boah, wie runter? Ah, komm mal. Munition und so nehmen wir alles mit. Was wir haben, haben wir. Wir müssen mal gucken, dass wir uns... Da kommt ein Fahrzeug. Bleibt mal in Deckung. Ich hoffe, das fährt vorbei. Weil wir müssen ja da vorne sabotieren. Ziel lokalisiert. Besitzlosigkeit wird nicht toleriert. Hüah. Warnung. Alle Bürgerlieferberchen ausrücken werden von dieser Einheit angegriffen. Alter, wie geil. Alter. Das ist ja noch mehr Terminator. Ich werd verrückt. Ich liebe das Spiel. Ich bin froh, dass ich's mir gut hab. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin echt froh. Alter, voll die Terminator-Einheit. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ob die auch so... ...so wie Cyberdyne System irgendwie so Dings gemacht haben. Hier so... ...äh... ...ja, so menschliche Roboter. Da bin ich sehr gespannt. Und vor allem, das ist erstmal das zweite Gebiet, wo wir sind. Da wird wahrscheinlich noch ein paar... ...noch ein paar Sachen kommen. So, das Radius, glaub ich, oben. Ich glaub, wir müssen hier lang. Hallo. Ähm... Wollte ich gar nicht. Genau. Ich wollte hier rauf. So. Dann wollte ich hier rauf. Wenn das geht. ...hier lang. Äh... Ist es auf der... Ist es auf... Ach, da steht das Radio. Ich hab's gar nicht gesehen. Okay. So, als nächstes geht's dann jetzt nach oben. Dann sind wir jetzt hier... ...bam Hilfs-Depot. Ich geh mal ganz normal runter. Nicht, dass ich hier... Und wir brauchen unbedingt Medizin. Also ein... ...äh... ...Hilf-Paket. Das heißt, wir können mal wieder ein bisschen was durchsuchen. Bin wir schon unterwegs. Guck mal, das Geile ist, hier stehen überall Batterien rum. Ne? Ich frag mich, warum er für seine Hilfsmittel nicht einfach die Batterien sammelt. Für seine Bomben und so. Ich hab's schon grad gedacht, was hat der denn für eine Mütze auf? Okay. Hallo. Ja, ja, Entschuldige. Okay, die Mülltonnen kann ich nicht durchsuchen. Aber so ein Hilfspaket wäre schon ganz geil hier. So ein... ...Hilfe... ...Erste Hilfe Medipack. Haben wir hier was vielleicht? Na toll, leere Dose. Super. Weil wir haben nur noch zwei. Na gut, ich mein... ...Vielleicht schaffen wir es auch so. Müssen wir mal gucken. In der Hoffnung... Alter, sieht das geil aus. Boah, cool. Ich bin echt gespannt, was da noch alles kommt. Ich lass mich da echt... Äh... Okay, super. Und wir haben keine Bombe und nichts. Aber wir haben... Moment. Aber wir haben unseren Granatenwerfer. Ich hoffe, ich hab da noch Munition für. Warte mal. Guck mal, da oben, wer da oben steht. Die werden sich bestimmt freuen, wenn ich das zerstör. Ja, das war's. So, warte mal. Dann stellen wir es wieder direkt um. Mehr eins. So. Da möchte ich hin. Ja. Oh, äh... War ich nicht, Jungs. War ich nicht. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Was haben wir hier? Gas Price Rocket. Okay. Okay, die suchen natürlich jetzt erstmal. Boah, das Guerilla-Werkzeug. Apropos, siehst du, jetzt fällt es mir wieder ein. Das hätte ich gerne, bin ich ganz ehrlich. Wie kommen wir denn da rein? Da könnten wir nämlich das Guerilla-Werkzeug gut benutzen. Hey, wir haben Batterien. Ich werd bekloppt. Jawohl, bauen wir erstmal ne Bombe. Jetzt fehlen uns wieder Batterien und Chemikalien. Aber wir hätten den anderen auch looten können. Das seh ich jetzt erstmal. Hey, warte mal. Oh. Oh nein. 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 Oh nein, das war nicht gut. Geh weg, geh weg, 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 weg. Verdammt. Hier ist auch das Radio und das... Ja, schön. Ich sollte mich ganz schnell verstecken. Das machen wir mal eben. Damit das ein bisschen abklingt. Oh Gott. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen, die wir wieder machen können. Radio und Pipapo und alles. So. Und wir haben Mülltonnen, die wir durchsuchen können. Das ist super natürlich. So, das Radio scheint da oben zu sein. Gucken wir doch mal. Wie wir da hochkommen. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Ist ein paar Folgen her. Kann mich entsinnen, als wäre es gestern gewesen. Hier ist übrigens auch ein Radio. Sogar auf der... Ah, guck mal, da ist es doch. Sogar auf der Etage. Wie praktisch. So. Aber wie geil das aussieht einfach. Ganz ehrlich. So, mach ich mal rüber schauen. Hatte ich das Radio... Uah. Hatte ich das Radio eigentlich nicht angemacht hier? Was hier steht? Oder wo ist das? Hä? Das ist unten? Wie das so... Ah, hier. Ah, hier war ich gar nicht gewesen. Ah, so. Ja, gut. Dann... Dann habe ich das wahrscheinlich vergessen gehabt. Das kann natürlich gut sein. Mal eben hier zerstören. So, dann machen wir das mal so. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war nicht gut. Ist mir egal. Äh. Hallo? Ach so, das ist wahrscheinlich wieder drinnen. Die Sachen, die wir zerstören müssen.